Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Seit langem habe ich mal wieder ein Gameplay-Video für euch. Gestern auf Twitch live erspielt auf dem Kings Canyon, während das Fight Night Event noch aktiv war. Mitten im Random im Duo-Modus. Ich spiele mit dem Pathfinder. Eine sehr geile Runde, zumindest für meine Verhältnisse. Ich weiß, dass es vielen von euch genauso geht wie mir. Zurzeit ist es extrem schwierig, richtig gute Gameplays hinzulegen. Für alle Pro-Gamer unter euch wird es wahrscheinlich keine besondere Runde sein. Das ist mir völlig bewusst. Aber ich möchte meinen Stammzuschauern endlich mal wieder für meine Verhältnisse ein gutes Gameplay zeigen. Auf was ich persönlich tatsächlich sehr, sehr stolz bin. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gameplay. Bin in den Kommentaren gespannt, was ihr davon haltet. Einen Daumen dalassen, ein Abo dalassen, wenn ihr sonst rund um Apex Legends wie News, Updates nichts verpassen wollt. Bleibt gesund. Wir hören uns. Haut rein. Ciao. Grauenhafte Waffen. Grauenhafte Waffen. Guck. Ein Platon, wir schauen, kür. Und wir hören uns. Guck. 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 Ich glaube ich hör schon wieder Steps. Naja wenn du dir das blaue Buddy nicht verdient hast dann weiß ich es auch nicht. Oh danke. Ich hab jetzt was er macht das gefällt mir. Oh das könnte jetzt aber witzig werden. Ich hätte den Beschleuniger mitnehmen sollen. Ah der kann ja einen Schild nach dem anderen swappen. Oh fuck. One shot. Oh das wäre doch wieder talentfrei gewesen. Müssen wir jetzt unbedingt pushen? Ich versteh nicht warum der hier hoch will. Ich bin so talentfrei den letzten Schuss zu landen. Ich versteh nicht. Zip-Line macht doch mal hin, bitte, komm Oh, jetzt dachte ich, ich bin nicht von der Zip-Line Das hat kurz mal richtig ungünstig jetzt zappelt Ich sagte, wenn du einen guten Meta-Buy hast, spielst du selber meistens um Welttand besser So geil, ey Das will ich nicht haben Acht Spots, okay, das ist aber Oh Ja, schön Komm, zeig dich, du Ratter Komm Nice Oh, ich mag den Typ, der weiß, was er macht, das ist so geil Oh, das sind schon die nächsten Oh, das wird dann gut stehen Bam Bam There goes a Boozle Oh, 25 I need to have one Reload Nine shots fired and they're hitting me Enemy down Reload Reloading Reloading Give my shield to recharge Lucky us, we are already in sight Frag out Oh nein, ich war zu langsam, scheiße. Oh nein, ich sparen nichts. Oh nein. Oh nein. Komm bitte mit, komm bitte mit. Oh nein. 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 oh nice oh geil ich hätte auch gern mal wieder einen kill aber scheiß drauf und ein reinesquad das sind ja die da drüben oh gott krägt Ich habe den Bock. ich habe aber kein bock irgendwie alter was für ein epischer sieg alter was für eine runde junge und ich habe es doch noch drauf ich habe die letzten wochen dachte ich bin absoluter mongo was für eine geile runde 25 junger alter was schon runde richtig